...zu Hause und werden nun eine Gewichtsklasse höher regnen für den Lukenwalder Sportclub. Kein geringerer Mann als der amtierende Weltmeister und siebenfache Saisonsieger, hier schon, Zan Belenjuk. Und für den ASV Meins 88, unser Junior- und Neuer Europameister von 2015, Hannes Wagner. Applaus 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 Ein, zwei, zwei, drei, zwei, drei. Vielen Dank. Applaus 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 Vielen Dank.